ja das ist der hammer das ist der hammer also dieser angriff hier ist jetzt auch nicht so so ultra schlecht ist es auch der hammer der zickel waren hier auf die nummer 15 und damit willkommen zu einer folge let's play clash of lands mit mir dem torsten der jetzt erstmal checken muss aber überhaupt aufnimmt aufnahme beenden städte alles klar dann nehme ich scheinbar auf jo ich starte heute mal mit einem klank kriegsangriff ab beim klaren spätzen mit so es habe ich mich mal wieder eingefunden ich war jetzt ein paar tage länger weg einfach so ein bisschen so hier und da spenden und natürlich auch die live streams sie war auch weiterhin verfolgen werden ich wollte sagen am wochenende nein am ostern am ostern also los geht's meines wissens schon am karfreitag mit den ro 32 also rest of 32 im eclipse cup rising star tournament in der supernova klasse dort also das ist auch nicht rat aus 13 weiß ich aber da bei mir mal reingeguckt habt in die live streams sehr sehr interessant und sehr stark vor allen dingen wirklich tolle begegnungen aber der zackl hier zackl ist auch ist auch so ein bisschen so unser oder nur sagen wir mal so nicht nicht unser aber diese kombi hier die liegt ihm einfach mit den mit den mass spam hocks und aber ich glaube dieses design dieser base lässt das auch nach wie vor ganz gut zu mit dem beiden scatter shots unten in der ecke und auch der klan buch die man da relativ gut holen kann hat zwar jetzt die ganze zeit den adler auf den schwein gehabt aber die haben sich noch ein bisschen geteilt jetzt und ich fand den angriff eigentlich ganz gut deswegen habe ich da heute mal mit gestartet aber der hammer ist natürlich das was uns demnächst erwartet und ich meine ich warte da auch schon drauf ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen dass meine motivation tatsächlich so ein bisschen im keller ist was clash of clans zumindest spielen angeht zeigen ist eigentlich gar nicht so gar nicht so schlimm da bin ich nach wie vor hoch motiviert aber aber selber so ein bisschen zocken ja ein bisschen meine kleineren rathäuser aber die 13 der oder zumindest der torsten jeder ja eigentlich tatsächlich aufs update wartet der ist davon so ein bisschen ausgenommen ich bin jetzt aber mal wieder mit ihm im klankrieg denn die cwl steht vor der tür und vermutlich kommt ja auch mitten in der cwl etwas aber wir gehen gleich mal kurz mal ins detail rein was denn kommt und was nicht kommt ich muss noch ein bisschen pass spielen leute bin noch nicht ganz sicher ob ich heute abend mit euch ein ein bisschen noch ein bisschen pass suchte so ein bisschen rest suchten mache ich eigentlich immer am am season ende also oder am monats ende denn irgendein dorf muss dann immer noch ein bisschen pass spielen weil ich damit nicht ganz durchgekommen bin und tatsächlich hier mit dem torsten bin ich auch noch nicht durch das ist eigentlich hat hat es eigentlich auch noch nie so krass gegeben dass ich wirklich am letzten tag des monats also wir schreiben ja heute den 31.03.2021 immer noch nicht mit dem pass fertig bin das ist eigentlich der hammer beim immer noch nicht mit pass fertig bin mir fehlen noch 100 punkte mir fehlen tatsächlich noch 100 punkte das gibt es eigentlich gar nicht ich meine okay gibt es schon aber dass ich hier so klüngel ich war das hat schon ewig nicht mehr gegeben aber es gibt natürlich tolle angebote sonnenangebote hier im pass es gibt das sogenannte hammer party paket es gibt macht dich be macht ich bereit und weiter und und weiter und bautränke schub fünf bauarbeitertränke das hört sich gut an fünf bauarbeiter plane weise ja plane weise das ist wohl wahr aber was gibt es tatsächlich oder was gibt es überhaupt neues ich fange hier mal an nicht vergessen oder beziehungsweise ihr könnt euch noch anmelden falls ihr noch nicht angemeldet seid hier beim horizon turnier und auch beim nebula horizon heißt hierbei beim rising star tournament ratos 9 bis ratos 13 da müsst ihr mal gucken auf den discord vom rst dort findet ihr auch ein ich suche spieler und ich und clan sucht spieler für diese turniere hier müsst ihr mal reingucken könnt ihr auch direkt hier unten rein klicken dann kommt ihr auf den discord link wollte ich nur noch mal darauf hinweisen ist sicherlich eine tolle sache und ich bin ich freue mich auch schon drauf daraus was zu zeigen denn die formate sind natürlich sehr sehr schick und ja klar die hammer party ist zurück ach jetzt habe ich da wieder drauf geklickt ok jetzt habe ich da wieder drauf geklickt naja da haben wir ist ja twitter ist ja ist ja kein ist ja kein microsoft active x movie oder so wo mein wo der erste mal stehen bleibt aber schönes musik video ich meine ihr hört das jetzt im moment nicht ich habe es mir allerdings schon angeschaut in englisch und musste dann auch feststellen mensch gibt ja doch deutsche übersetzungen hier hätte ich gar nicht gedacht aber ist auch auf der seite clash of clans de also hier auf twitter und ich sehe gerade die trends in deutschland diesen auch immer die sind noch mal sehr sehr nett wir sind auch sehr nett aber das video ist auch wieder sehr sehr gut gemacht vor allen dingen ist halt so musik video muss man sagen eine hammer party hammer party haben wir party also die party geht in jedem fall weiter und die party geht vor allen dingen ganz 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 krass hier weiter und toto verpasst mal wieder alles also ich verpasse natürlich die tollen events wo es keine wo es keine gems gibt ihr wisst ich spiele meistens eigentlich nur die events wo es auch gems gibt das ist hier im beim drachen strom nicht der fall das ist auch hier bei dem mauerauer mauerauer nicht der fall mauerauer alles klar die einfach immer ein schalke im nacken und und auch nicht bei großes herz große beute auch nicht aber hier oben geht es dann gleich weiter armeeschub für ein juwel also produktion von truppen helden belagungsmaschinen et cetera nur ein gem und ja das ist der hammer die letzte rat aus 13 herausforderung okay wie ist es wirklich die letzte rat aus 13 herausforderung ich bin mal gespannt läuft zehn tage 20 stunden meinte rat aus 14 steht in den startlöchern also so ganz so stück für stück und hier seht das auch die hammer party ist wieder da es gibt einen 50 prozentigen rabatt auf alle bauküssen im heimatdorf elf tage 20 stunden ich meine für die die max sind für die bringt das natürlich nichts mehr allerdings für die jetzt noch richtung 13 max sind und planen auf 14 zu gehen für die ist das natürlich noch mal top oder aber es kommt in die zeit rein wo rathaus 14 kommt und man dort vielleicht die geringeren kosten hat was ich mir nicht wirklich vorstellen kann kann ich mir nicht wirklich vorstellen aber die herausforderung leute die hat in sich ich habe ich habe sie noch nicht gespielt ich habe mir nur das dorf angeguckt und habe gedacht alter falter ja 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 ok da sind wieder 15 tutorials notwendig um dieses dorf hier zu packen da sind auch ein paar mehr helden bei das ist kürzlich ein paar mehr Helden ist gut, gespiegelte Helden ja, ach, du kriegst die Tür nicht zu, okay und wir wissen natürlich auch noch nicht, was in der Clanburg ist, aber ich muss gestehen, ich habe überhaupt keinen Plan, wie man das Ding hier machen könnte, muss ich echt mal sagen, da habe ich wirklich mal null Plan von aber ich kann mir vorstellen, dass man hier irgendwie erstmal vorgeht um hier den ersten Single wenigstens wenigstens wegzubekommen und so, müssen wir mal noch mal gucken oh nein, die geht jetzt erst auf die Helden ne, ne doch nicht ach, wo gehen die hin, wieso gehen die, ach so, weil ich den unsichtbar gemacht hatte, okay weil ich den unsichtbar gemacht hatte, alles klar oh Käse ähm ich denke mal, da brauchen wir das hier da brauchen wir glaube ich noch keinen, oh oh Alter, was ist das ach das ne oh schuldig bitte Leute schuldig bitte Leute das war eine super Walküre ne alter, das war eine super Walküre ich glaube es ja gar nicht naja ne super Walküre alles klar Toto okay, da muss es der King hier reißen ich meine, wir haben erst 6% äh, yo alles klar alles klar alles klar alles klar komm, komm, komm gib alles ich glaube der Gift ist, ist am besten aufgehoben bei den Heilern kann ich mir vorstellen dass die dort so ein bisschen in Gift sind ähm, oh jetzt teilt sich meine Meute hier wo geht der King hin, wo ist, was, welches sind eigentlich meine Heiler ihr seht hier das Ding macht Spaß hier, ne das Ding macht echt Spaß ähm, sich hier durchzukämpfen und ähm, das macht echt Lorne ojojo, da bin ich ja mal auf die Lösung gespannt einiger, einiger, ähm, Angreifer ähm, so wie, äh, so Izu und Mobile Fanboy etc das ist ja, das ist ja mal funny hier aber einen Stern haben wir gemacht einen Stern haben wir gemacht und ähm, ich spiele das jetzt nicht nochmal erneut aber habt ihr da echt einen Lösungsansatz für dann immer her damit in die Kommentare aber es ist schon okay wir wissen, wir wissen jetzt, dass da hinten eine Walküre rauskommt ähm, ich muss das nochmal gerade nochmal gerade checken da kommen Heiler raus okay das waren jetzt Heiler aber, ähm, ich habe jetzt die Walküre gar nicht gesehen da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weiter rein alles klar, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weiter rein das ist natürlich schon eine coole eine sehr, sehr coole Sache so, da muss ah, der läuft der darf nicht auslaufen da okay jetzt habe ich gesagt, ich spiele die nicht mehr, ne aber, da kommen sie zwei Stück Leute, da sind zwei Walküren drin okay zwei Walküren warte mal gerade zwei Walküren das muss ich nochmal gerade das muss ich eben mal gegenchecken zwei Super Walküren passen die in eine Clanburg? ähm zwei Stück lass mal gerade gucken 20, 40 Platz okay, da passen auch nur vier Stück rein aber da waren auch nur jede Menge Heiler drin, oder? äh, ich weiß es jetzt nicht mehr Leute keine Ahnung ich bin ein bisschen überfragt gerade oja, 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 oja okay, dann dann lass uns hier noch ein bisschen was machen aber es ist schon der Hammer und äh, ich bin mal gespannt ob der Hammer wirklich so weiter geht oder so so losgeht oder ob wir äh, so ein, so etwas ähm so ein etwas häuprigen Start ähm, auf, auf, das, auf die nächste Rathausstufe bekommen aber ich denke mal die Freude überwiegt dort ähm, und das vor allem der Hammer auch wieder geschwungen wird hier bei denen die schon so endlos lange Max sind und ja, so ein bisschen muss ich dann auch jetzt mal so langsam meine Lager voll bekommen aber ich denke mal dass wir ja auch dort wieder im Upgrade relativ zügig vorankommen und wenn nicht, äh, dann haben wir ja noch andere Möglichkeiten und Mittel ähm, hier etwas zu machen aber der Lut hier ist gerade sehr mau, muss ich feststellen vielleicht ist auch nicht die, die passende Zeit das Ganze, ähm, jetzt, äh, auf, aufzunehmen aber ich, ich hab, ich hab, als ich es heute Morgen gesehen habe ähm, zumindest das mit der Hammer Party äh, da war ich schon ein bisschen ange, angeflasht und, ähm, also naja äh, den neuen Skin übrigens für den, für den, ähm, einen Helden dort für den, für den Royal Gladiator den Schurken Skin finde ich übrigens sehr, sehr gut der ist, der ist gelungen äh, ich war ja der Schurken Skin vom, vom König der hat mich ja nicht so vom Hocker gehauen aber jetzt der, vom Royal Champion der nächste, der ist ganz gut den kann man sich in jedem Fall antun und den tue ich mir mal an hier ähm, ähm ähm, wie können wir da denn am besten und am einfachsten vorgehen ich würde sagen, wir smashen wir smashen hier mal rein ich hab, ja doch, ich hab, ich hab ja doch ein paar von denen dabei ein paar Ballons, okay dann gehen wir hier mal rein das ist mein Ding hier das ist auch ausgewählt, sehr schön so, und ähm, wie können wir denn hier jetzt weiter vorgehen ich würde sagen wir gehen hier außen rein nehmen hier unseren King und dann soll es hier rein gehen oi, da gibt es glaube ich gerade ein bisschen Alarm bei uns hier in der Familie eieiei mensch, mensch, mensch so, ok da machen wir das so und die bringen wir mal eben in die Unsichtbarkeit oh, der ist heftig dort der ist heftig ähm da kriegen wir das Rathaus aber denke ich mal nicht aber vielleicht springen hier ja noch so ein paar rein und ähm, wo ist denn eigentlich mein Worten? auch der ist da, ok meine Queen ah, die kriegen hier reichlich Beschuss aber ich glaube wenn ich die jetzt hier reinnehme dann könnte das funktionieren dass wir vielleicht doch noch das Rathaus bekommen ja, komm, 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 komm jawohl ich wollte gerade noch ein Gift drauf schmeißen ich wollte gerade noch ein Gift drauf werfen ok, brauche ich aber gar nicht und ähm na, sieht ganz gut aus sieht ganz gut aus ähm, das war dem wenigsten so ein bisschen, dass ich wenigstens so ein bisschen meine Lager vollkriege hei 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 ok ich glaube den Gift nehme ich jetzt doch nochmal ähm, aber für die beiden Helden hier äh, ja, da bin ich mal gespannt ich werde nachher noch dieses, dieses komische Event da spielen dieses Hammer Event äh, das letzte Rathaus 13 Event und äh, mal gucken vielleicht bekomme ich ja doch einen Lösungsansatz irgendwo schon mal ähm, angezeigt und dann kann man das natürlich machen hier können wir den Kampf beenden ja, so passt das ja, so habe ich jetzt wenigstens mal wenigstens eine Liga wieder äh, auch die hatte ich nicht ich glaube, das ist jetzt mein allererster Angriff auch gewesen ja, null Angriffe null gewonnen, null verteidigt das war jetzt erstmal nur um die um die Liga hier zu bekommen mehr war das nicht und dann müssen wir weiter weiter schauen, was wir hier weitermachen auch vor allen Dingen, was wir an dunklen Truppen machen ist im Clan beigetreten habe ich eben schon gespendet Schnellausbildung kann ich nicht machen okay, weil ich keine Morgia habe dann holen wir uns die nochmal dann holen wir uns die nochmal und dann kann ich die nachtrainieren ja, ich bin wirklich mal gespannt auf das, was hier vor allen Dingen auf und zu kommt also die letzte Rathaus 13 Herausforderung wenn ihr die dann schon gespielt habt dieses Hammer Event äh, dann lasst es mich wissen bitte in die Kommentare und ähm, wie gesagt wenn ihr einen Lösungsansatz dafür habt ich habe im Moment noch keinen aber ich würde das Event gern spielen denn da gibt es Gems 13 Gems an der Tat in der Tat 13 Gems, Rathaus 13 äh, ich bin wirklich mal gespannt aber es geht auf jeden Fall weiter und Supercell führt uns ja immer so ein bisschen so ein bisschen rein in die nächsten Updates finde ich eigentlich auch ganz gut dass nicht einfach so so Leute hier ist, dass Update und gut ist sondern dass man so ein bisschen reingeführt wird also geht das hier in jedem Fall voran ich hoffe es geht auch bei euch voran ich hoffe ihr freut euch auf die bevorstehenden paar Feiertage und Verbleibe danke fürs Zuschauen bis dahin Leute euer Toto Recht Das war'sütach 10 12 10 10 Vielen Dank.